mmmm und so beginnt die nächste folge von Stabba und Lüchchen. Jawohl, der Löw sagt an Lüchchen. Lüchchen. So, wo ist denn jetzt ein schickes Bett? So, was mache ich denn hier mal hin? Hä, wo ist das Bett? Ich hatte definitiv... ...so ein Bett. Oben? Ne, oben nicht. Ja, da ist der Kuppa-Chest, please. Ja, das stehen so lange an. Dann kann ich das alte... Wo ist das jetzt? Da. Lange hier reintun. Dann machen wir das so... Ach komm, machen wir das so. Ach ja, hier. Ich hab noch was für dich. Was denn? Du weißt ja, ich hab so einen Gaming-Schreibtisch. Ich hab jetzt auch noch einen Schreibtisch für dich. Hier kannst du beide haben. Jawohl. So, warte, dann machen wir hier meine Zockerecke hin. Ich weiß jetzt wofür. Ich mach das hier mal wieder auf. So. Ich glaube, ich hab den Schreibtisch falsch herum. Das ist dann mit dem... Du bist noch ein Labor finden, damit ich auch so PC hab. Ja, ja. Wo ist jetzt dieser Bitch? Da. Ne, ne, der geht immer nur hinten. Dann dre ich das wieder um. So, dann der Bitcher. Und der Stuhl davor. So, da haben wir das Gamer-Teil. Jetzt doch gucken, was stellen wir dahinter. Auf den Schreibtisch. Am besten irgendwas Dekoratives. Oder einfach sowas. Ne. Na, warte, ich kann doch ein Rotes dazu tun. Die Junge, wie sich das angehört hat. Ne. Jawohl, sauber, meine Zockerecke. Nice. So, die muss ja auch gut beleuchtet sein. Meine Zockerecke muss ja auch gut beleuchtet sein, Dave. Oh. Nein, denn das ist eher was fürs Wohnzimmer. Hm, was packe ich denn da hin? So ein Teil. So, das hieß ja jetzt gut beleuchtet. Die hier nehmen wir auch weg. Nur, dass wir hier dann... Ähm, so ein Teil hintun. So, mal gucken, was kann ich denn jetzt hier auch hinstellen. So, dann muss ich mir von unten noch ein Bett holen. Und dann noch... Was sticht denn aus? So, ey. So, hier haben wir dann mein Schlafzimmer. Und gleich mit meinem Kleiderschrank. So. Hm. Tun wir da dann nochmal so ein Teil hin. Guck und dir ein kleines... Ein kleiner Arbeitsraum. Warte. Wo ist jetzt dieses Teil? Da. 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 Zauber. Jetzt ist ja alles gut grün beleuchtet. Ich finde diese grünen Dinger immer entgeil. Ja. Ich mach das noch mit und mach das Licht hier unten aus. Dann haben wir es da auch schön grün. Boah. Was? Ich hab was abgemacht, was ich nicht abgemacht wollte. Jetzt. Zack. Zack. So. Dann. Jetzt kommt hier dieser Sessel hin. Und da ein schöner Ofen. Das Ganze dekorieren wir dann nochmal mit so einem schicken Teil. Die haben wir ja auch noch. Dann tue ich da dann so auch nochmal eins hin. So. Ey. Hoppla. Da auch noch was. So. So. Na klar, es ist schön, dieses Spiel. Ja, mega. Da hängen wir dann noch jeweils Bananen hin. So. Zack. Dann, was auch zur Gaming-Ecke gehört, ist hier wieder das Tischchen, das und Spülchen, das. Zack. Ah, nee, das ist zu weit aus. Ach, na, scheiße. Mist. Ähm, so. Ja. Machen wir noch das da. Na, der sieht scheiße aus. Dann noch so ein hübsches Gemälde. So, was kann ich denn hier noch hinpeppern? Glücklicherweise. Ansonsten hätte ich sie jetzt ziemlich voll gemacht, was Dekoration betrifft. Ich könnte... So, ich glaube, würde sagen, mein Zimmer ist fertig. Willst du dir ansehen? Moment. Ich esse jetzt meinen letzten Rest Fleisch. Wir müssen ja noch Sachen anpflanzen, ne? Ja, damit ist Zeit. Mein Zimmer ist noch lange nicht fertig. Ich muss hier noch die Etage, da kommt noch eine Etage. Tu mal anstatt der fucken, der auslöche grünen Lichter hin. Ich finde das badass, vor allem in der Nacht. Weil die grünen Lichter wirken nicht so besonders, wenn in der Nähe dann noch irgendwas so ist. Ja klar, der Ofen, damit ist es jetzt ein bisschen blöd, aber... Ist doch egal. Jaja. Deswegen ja auch das Aber. So, als nächstes mache ich mir unten im Keller einen Musikraum. Ihr macht es? Mache ich ja auch. Ich mache mein Zimmer so überdemotionalen Wohnen. Also ich versuche es groß zu machen. So viel habe ich gar nicht. Eigentlich fällt mir gerade mal auf so Art Sachen. Wo ist das Ding jetzt? Da ist es. So. Ach, das passt da. Wie auch nicht so richtig hin. Dann machen wir mal. Zack. Ah, nee. Hier. So, dann nehme ich jetzt nochmal die Treppen. Und ich brauche neue Treppen. Ey. Und ich habe neue Treppen. So. Jetzt kommt hier das Tisch hier wieder hin. Dann machen wir hier jetzt eine Treppe nach unten. So. Stuhl und Stuhl. Zack. Das sieht doch schon mal gut aus. Oder halt direkt so. Äh. Was könnte ich denn hier noch hinmachen? Ich brauche wieder ein paar neue Treppen. Und wir wären unten. Junge, wie das Spiel gerade in letzter Zeit hakt. Oh, scheiße. Alter, wie das hakt gerade. Nee. Nicht heftig. Mal wieder ein paar Treppen. Und... So, dann machen wir hier das Musikzimmer. Alter, warum hakt das jetzt in letzter Zeit so mega? So, jetzt... Ah, nee. Ah, alter. Das hakt. Hakt mega. Mega. Ich habe keinen Plan warum. Jawohl. Bei dir sieht es ja auch schon mal jetzt ganz gut aus. Hm. Junge, warum hakt das? Ich bin mal ganz ehrlich. Das hakt so beschissen gerade. Ey. Ach ja. Junge, warum hakt das gerade so beschissen? Es tut mir jetzt echt leid, Leute. Ich habe auch echt wenig Framerates. Aber wir nehmen ja nur noch eine Minute auf. Dann ist diese Folge auch schon zu Ende. Und ab der nächsten gucke ich da mal, was ich machen kann. Damit es auch wieder gut ist. Jetzt... Ja. Musik Da fängt es an, wieder flüssig zu laufen. Woll. Sauber, das konnte man richtig sehen. So ein Ruckler und dann... ...ging es. Ja, und hier haben wir auch wieder etwas Eisen. Sauber. Vielleicht schaffe ich es noch, mir in dieser Folge dann den Rest von der Rüstung zu machen. Jo, das sind die drei Stück. Ich beeile mich, damit ihr das noch in dieser Folge seht und wir nicht zeitlich hinten liegen. Was war das gerade von dir? Nichts, ich habe getanzt. Du und getanzt. Und da sagt der Timer, die Zeit ist abgelaufen. Ich sage ja, still. Aber ich gucke davor mal. Das müsste jetzt genug sein. Oh mir, die... Alter, jetzt ruckelt es schon wieder so mega stark, aber ich schaffe das. Hä? Dey. Achso, ich muss den Inventar haben, oder was? So, jetzt mit nacktem Oberkörper. Hm, ja, stattlich gebaut, Dave. Dave braucht nicht gleich einen Ständer. Oh, und Hedgling Breastprate. Und gemacht. Tja, ich bin jetzt ein gemachter Mann, Dave. Ein small. Im Gegensatz zu gewissen anderen Leuten. Tschö. So, und da haben wir dann noch so ein komisches Federteil. Dafür brauchen wir jetzt 20 Kopperbars. Aber, das war's mit dieser Folge. Danke fürs Zuschauen. Tut mir leid, dass es jetzt im Ende entgegen ein bisschen geruckelt hat. Das werde ich... Ich werde mich jetzt aber darum kümmern, dass das jetzt auch aufhört. Und mit 8 FPS verabschieden wir uns von diesem Part. Das war's von mir. Möchtest du noch irgendwas einbringen? Tschö. Ihr habt's gehört. Man kann's besser nicht sagen. Tschö.